Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute in diesem Stylin Talk möchte ich ein relativ ernstes Thema mit dir besprechen. Und zwar geht es um das Thema Pille. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, also dieses Thema beschäftigt mich aktuell sehr, weil ich die Pille ja abgesetzt habe und da auch jetzt hier die Nebenwirkungen spüre oder sehe. Und ich habe sie auch schon gespürt und da wollte ich einfach mal so ein bisschen mit dir reden, weil ich glaube, dass es auch aktuell ein ziemlich großes Thema ist, weil auch immer mehr die Nebenwirkungen der Pille aufkommen, sage ich mal. Und dementsprechend, ja, wollte ich das auf jeden Fall mal mit dir zusammen besprechen, weil es ist einfach nicht mehr so, dass man sagt, okay, ich hole mir die jetzt und denke nicht mehr groß drüber nach. Irgendwann ist man ja auch an einem gewissen Punkt in der Gesellschaft angekommen, dass man ja auch doch ein bisschen mehr über Risiken und Nebenwirkungen nachdenkt und nicht nur über die Verhütungskraft. Also, erstmal ist es wichtig zu wissen oder möchte ich gerne sagen, wie ich überhaupt zu der Pille gefunden habe, sage ich mal. Ich habe relativ spät meine Periode bekommen. Es hatten alle bei mir in der Klasse schon irgendwie ihre Brüste. Sie hatten ihre Tage. Sie haben angefangen, eine Frau zu werden und ich war ziemlich spät dran. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war. 14 oder so oder 13. Ich weiß es nicht. Also, gefühlt war es echt spät. Aber ich meine, damals ging die Zeit ja auch ein bisschen langsamer rum, als es heutzutage der Fall ist. Auf jeden Fall war es bei mir so, dass ich in der 9. Klasse die Schule gewechselt habe und das war Mobbing bedingt. Also, ich wurde in der Schule damals ganz, ganz arg gemobbt und habe dann zur 9. Klasse in die Schule gewechselt und habe da dann auch erst angefangen, meine Weiblichkeit zu entdecken und eine Frau zu werden. Und das habe ich halt vorher nie gemacht. Also, ich musste mich auch nie mit dem Thema Verhütung oder so beschäftigen, weil das für mich nie ein Thema war. Ja, es war einfach nie ein Thema für mich überhaupt, mit Männern was zu haben. Oder mit Jungs damals, ne. Naja, auf jeden Fall, als ich dann die Schule gewechselt habe, habe ich dann ja auch so ein bisschen angefangen, meine Weiblichkeit so ein bisschen für mich zu entdecken und zu merken, okay, du musst aber auch irgendwas machen, damit du auch nicht irgendwie ungewollt schwanger wirst oder so. Also, ich hatte jetzt nicht Sex oder so, aber es war trotzdem, dass ich immer Angst hatte. Ich habe immer gesagt, oje, auch wenn man nur so ein bisschen mit den Jungs zusammen ist und vielleicht auch ein bisschen schmust oder so, kann es ja jederzeit passieren, vielleicht. Man weiß es ja nicht, ne. Und da wollte ich mich halt vorbereiten. So. Ja, es ist halt ein ernstes Thema, aber trotzdem redet man halt relativ wenig drüber. Vor allem, also ich damals stand auch als junges Mädchen da und hatte keine Ahnung, was ich machen sollte, ne. Meine Eltern hatten mich zwar schon aufgeklärt, ich war ja relativ jung, als sie mich aufgeklärt haben. Das war auch gut so. Das haben die auch im richtigen Zeitpunkt damals gemacht. Aber trotzdem war das halt so, dass ich so vom Thema Verhütung oder so auch in der Schule nicht wirklich aufgeklärt wurde, sodass ich da halt auch nicht genau wusste, okay, wie komme ich überhaupt an die Pille ran? Also, was muss ich überhaupt dafür machen? Und bei mir ist es so, dass das staut sich dann halt irgendwann auf, dieser Gedanke, dass ich was machen möchte. Und dann muss es aber auch jetzt sofort passieren. Also, dann muss es dann halt auch gemacht werden. Und dann, ja, habe ich bei meiner oder bei einer Frauenärztin angerufen und um einen Termin gebeten. Und damals wusste ich halt nicht, wie Frauenärzte so sind. Die hatten mir dann erstmal einen Termin in, ich glaube, fünf oder sechs Monaten, also wirklich langfristig, gegeben. Und ich habe halt gesagt, ja, ich möchte mir gerne die Pille verschreiben lassen, das erste Mal, ne. Also, ich bin auch neue Patientin und so. Ja, wir sind voll, bla bla, ähm, machen wir erst so in fünf, sechs Monaten. Und dann habe ich eiskalt am Telefon gesagt, ja, das können wir gerne machen, aber dann können sie mir auch direkt die Pille danach verschreiben. Ja, ich habe dann am selben Tag noch einen Termin bekommen. Äh, ich war halt echt in meiner Sturm- und Drang-Zeit ein bisschen frecher, ne. Also, das muss man ja auch wirklich sagen. Ähm, ja, ich war einfach auch etwas anders. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich meine Mama damals auch mitgenommen habe zu dem ersten Gespräch, was wir da hatten. Ich glaube schon, dass ich Mama mit dabei hatte. Ähm, ja, ja. Ich glaube wirklich, dass sie mitgekommen ist. Weil es war ja auch überhaupt meine erste Untersuchung, äh, überhaupt bei einer Frauenärztin. Und dann will ich direkt die Pille haben, war auch gut, ne. Aber meine Mama hat jetzt auch nie irgendwie gesagt, vorher, du musst mal zur Frauenärztin gehen und dich mal untersuchen lassen oder so. Ich meine, dafür gab es ja auch damals keinen Anlass, ne. Also, was soll man dann junges Mädchen untersuchen lassen, was nichts hat und keine Ahnung. Haben wir dann auch nicht gemacht vorher. Ja, auf jeden Fall war ich dann bei der Frauenärztin, die hat mich untersucht. Und das war die entwürdigste, entwürdigstende Geschichte, finde ich, die ich hier erlebt habe und die ich nach wie vor erlebe. Also, ich hab absolut Panik vom Frauenarzt. Ich mag da gar nicht hingehen und finde es immer ganz furchtbar, auf diesem Stuhl zu sitzen. Aber da muss man halt durch. Man sollte sich ja doch ab und an mal untersuchen lassen und abchecken lassen, ne. Gerade wenn du die Pille nimmst, dann wirst du auch regelmäßig Frauenarzttermine haben. Naja, ich hab dann eine Pille verschrieben bekommen. Das war damals noch so eine Art Minipille oder sowas, ne. Halt eine ganz leichte, ähm, weil ich war ja auch noch jung. Ich hab jetzt nicht die, die Mega-Hammer-Hormone gebraucht. Und hab mich damit auch einfach sicher gefühlt, um das mal so zu sagen, ne. Also, ich konnte da dann ohne Bedenken irgendwie auch mal, ähm, einfach sein. Also, ohne, dass ich halt irgendwie mir Gedanken gemacht habe, oh mein Gott, ich hab dann keine Verhütung und ich krieg ein Baby und oh mein Gott, ne. Das Witzige ist, dass ich aber wirklich nie, 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 dann auch in kurzer Folge zu der Pille Sex hatte. Also, es war halt wirklich einfach nur eine Sicherheit für mich. Dass ich halt abgesichert bin, falls was passiert. Das finde ich auch vom Grundgedanken gar nicht so verkehrt, dass man halt als Frau Vorbereitungen trifft, weil gerade im jungen Alter, ähm, man kann's halt nicht planen, würde ich mal so sagen, ne. Und, ja, dass man halt vorbereitet ist, weil ich denke ja auch, dass die Pille eine gewisse Zeit braucht, damit sie überhaupt sich mit dem Körper, ähm, verträgt, dass man da überhaupt, ähm, den Rhythmus drin hat, dass man das hinbekommt, dass man die auch wirklich regelmäßig nimmt, dass man die nicht vergisst und so weiter. Dass man die Routine halt hinkriegt, so. Natürlich hatte mich die Frauenärztin auch über alternative Verhütungsmethoden aufgeklärt und mir auch gesagt, dass die Pille jetzt nicht unbedingt das risikoärmste Produkt ist, ne. Ähm, aber ich wollte halt einfach die Pille, weil ich gesagt habe, komm, das ist einfach irgendwie am einfachsten, das vergisst du eigentlich nicht. Da solltest du ja schon irgendwie dran denken und so weiter. Also, passt schon, ne. Die nehme ich und die will ich und fertig. Natürlich hat sie mich auch darüber aufgeklärt, also in meinem allerersten Erstgespräch über das Thrombose-Risiko, ähm, weil das ist halt so das, was am häufigsten genannt wird, ne, dass man nicht rauchen sollte, dass man, ähm, aufpassen sollte, dass man nicht zu einer Risikogruppe gehört. Das heißt, Risikogruppen heißt über 30, was ich ja bald bin. Und, ähm, einen gewissen BMI sollte man nicht überschreiten. Ich glaube, das war auch 30. Ich glaube, 30 ist immer so die magische Zahl. Und, ähm, ja. Das war halt auch das, was sie mir mit auf den Weg gegeben hatte. Aber ganz ehrlich, wenn du in dem Alter bist und dir die Pille verschreiben lassen willst oder ein Verhütungsmittel verschreiben lassen willst, ähm, dann ist dir das alles auch furzegal, würde ich mal so sagen. Es hat eigentlich auch immer alles ganz gut bei mir funktioniert. Ich habe ab und zu mal die Pille gewechselt, weil ich ja auch älter geworden bin und, ähm, dann ja auch irgendwann wirklich einen Verhütungsschutz gebraucht habe. Wenn man so die Pille nimmt, dann macht man sich auch gar nicht mehr so die Gedanken über die Nebenwirkungen, die es halt haben könnte. Und, ähm, ich habe aber trotzdem gemerkt, dass mein Körper schon so gewisse Symptome hatte. Habe das aber nie auf die Pille zurückgeführt. Ich meine, schließlich habe ich sie damals genommen zum einen, damit ich meine Regelblutung regelmäßig bekomme und zum anderen, damit ich halt eigentlich die Regelschmerzen nicht mehr so habe. Ähm, ja. Ja, ne, also das alles war tatsächlich auch nicht mehr, ähm, anfangs der Fall. Also ich hatte eine regelmäßige Regelblutung, weil die Pille täuscht ja quasi oder hemmt den, ähm, Eisprung, genau. Joa, auf jeden Fall, ähm, hat das alles ganz gut funktioniert und ich habe mich auch sehr wohl mit dem Ganzen gefühlt und, ähm, das auch wirklich, ich nehme die Pille jetzt tatsächlich schon seit echt 15 Jahren, ne. Also ich glaube, ich war, ich war in der 9. Klasse, als ich mir die habe verschreiben lassen, ne. Das muss vor ziemlich genau 15 Jahren gewesen sein und bin da auch immer gut mit gefahren. Also ich habe mich auch nie irgendwie beschweren können. Ich hatte immer Verhütungsschutz, ich bin halt nie schwanger geworden. Ähm, ich hatte trotzdem irgendwann so das Gefühl, Mensch, irgendwie nehme ich die ja schon eine ganze Weile. Ist das überhaupt alles noch soweit in Ordnung? Hm. Habe dann auch mit meiner Frauenärztin mal drüber gesprochen und, ähm, dann fragte sie dann, wie geht's Ihnen eigentlich so? Und dann habe ich ihr halt gesagt, naja, ich habe ziemlich oft mal Migräne und, ähm, eigentlich auch so bei den, wenn ich meine Riegel habe, habe ich echt Schmerzen, dann muss ich halt immer zusehen, dass ich eine Wärmflasche oder halt diese, ne, Wärmepflaste irgendwo habe. Ähm, muss dann halt auch echt immer dieses Buscopanplus mir reinhauen wie Tic Tacs und so. Und dann guckte sie mich nur mit großen Augen an und, ähm, meinte dann, Frau sowieso, wie lange nehmen Sie denn eigentlich jetzt mittlerweile die Pille? Gucken wir doch einfach mal nach. Also ich war mittlerweile jetzt auch bei einer anderen Frauenärztin, ne, also hatte sie das auch nicht unbedingt in der Akte stehen und ich habe ihr das dann gesagt. Ja, so seit, keine Ahnung, 14 Jahren war das damals, ne. Und da sagte sie, sollten Sie vielleicht mal drüber nachdenken, eine alternative Verhütungsmethode in Betracht zu ziehen, zumal sie ja auch bald 30 werden. Okay, und dann fing es halt so richtig an, dass ich mich mit dem Thema mal so ein bisschen intensiver beschäftigt habe. Es ist nämlich herausgekommen, dass all diese Nebenwirkungen, die ich habe, Migräne, Extreme, wirklich sehr, sehr extreme, Regelschmerzen, teilweise auch Stimmungsschwankungen, depressive Phasen, dass all das auf die Einnahme der Pille zurückzuführen ist. Ich habe dann angefangen, weil ich ja hier auch auf YouTube ziemlich, äh, aktiv bin, wie ihr ja merkt, ne, mehr Videos dazu anzuschauen. Also wenn ihr das mal eingibt in die Suche, ihr werdet so viele Videos dazu finden und ihr werdet euch echt wundern, wie viele Leute mittlerweile über die Nebenwirkungen der Pille reden und euch davon abraten. Es ist ein Verhütungsmittel, was sehr, 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 sehr sicher ist und was einem auch einfach hilft, gerade in jungen Jahren nicht mehr so groß drüber nachdenken zu müssen. Aber es ist einfach eine Hormonkeule, ne. Du knallst deinen Körper da echt mit zu. Du hemmst deinen Eisprung und nimmst deinen Körper, ja im Prinzip jegliche Natürlichkeit, eine Frau zu sein. Also, ne, du nimmst ziemlich viel weg und das ist eigentlich nicht gesund. Es ist nicht so gut, wenn man das macht. Vor allem langfristig, so wie ich das mache. Oder wenn man raucht. Oder wenn man, wie ich das bald sein werde, über 30 ist. Oder wenn man übergewichtig ist. Ich möchte die Pille jetzt nicht irgendwie groß schlecht reden, weil sie hat mir gerade damals sehr, sehr geholfen, weil ich einfach diese Sicherheit hatte. Ich musste mir da keine Gedanken drum machen, dass ich jetzt auf einmal ungewollt schwanger werde. Klar, die Pille schützt dich. Aber man muss halt nicht, oder darf nicht vergessen, dass es halt eine Geschichte ist, die man mit Vorsicht genießen sollte, weil man sich halt immer wieder Hormone reingibt und man sollte vielleicht mal drüber nachdenken, auch auf alternative Verhütungsmethoden umzuschwenken. Ich meine, was gibt es? Also so hormonfreie, würde ich sagen, hast du ganz normal halt das Kondom. Das kriegt man überall im Supermarkt, in der Drogerie. Du kriegst es einfach überall. Es ist halt nur lästig. Genauso wie auch das Diaphragma, was die Frau halt nimmt und nicht der Mann. Also das kann man sich halt einführen. Und es ist wie ein Kondom, aber es ist halt schon in einer Frau drin. Da habe ich persönlich immer Angst, dass es stecken bleibt. Aber das ist halt so einfach meine Ansicht der Dinge. Und dann gibt es auch noch so Verhütungsmethoden mit Hormonen, die aber vielleicht nicht so heftige Nebenwirken, wie es die Pille hat, zum Beispiel der Vulvaring. Dann gibt es auch noch so eine Art Schaumtablette irgendwie. Fragen mich nicht. Kupferspirale bin ich jetzt nicht so Fan von. Aber es gibt mittlerweile so viele verschiedene Methoden, die man nehmen kann. Und da muss man halt nicht unbedingt die Pille nehmen. Und das ist irgendwie für mich, war einfach die Pille das Nonplusultra und deswegen habe ich sie damals genommen. Nun ja, auf jeden Fall habe ich sie jetzt ja mittlerweile abgesetzt. Ich muss sagen, dass ich sehr glücklich darüber bin, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Natürlich, jetzt habe ich halt die Verhütung nicht mehr in der Hand, sondern an meinem Partner. Aber ich finde es gut, dass ich nicht mehr jeden Morgen eine Tablette nehmen muss. Dass ich nicht jeden Morgen ein Hormonpräparat zu mir nehme, was ja auch etwas mit meinem Körper machen würde. Ich fand es fast schon ein befreiendes Gefühl, dass ich gesagt habe, mein Schatz, als ich mich mit meinem Freund natürlich zusammengesetzt habe, das sollte man nach 13 Jahren auf jeden Fall machen, dass man drüber redet zusammen. Ich glaube, mein Körper möchte jetzt irgendwie was anderes. Mein Körper möchte nicht mehr die Pille nehmen und möchte nicht mehr mit Chemie vollgepumpt werden. Für ihn war das kein Problem. Er sagte, klar, wenn du dich damit unwohl fühlst, dann setz die ab. Dann machen wir das anders. Das ist ja kein Problem. Kann man ja machen. Und dafür ist man ja auch eine ganze Weile zusammen, dass man sich da entsprechend vertrauen kann. Es gibt natürlich auch andere Verhütungsmethoden, die man machen kann, gerade wenn man halt ein Paar ist oder so. Da gibt es die Möglichkeit, dass die Frau ihren eigenen Zyklus halt ein bisschen besser kennenlernt und halt wirklich aufgrund ihres Zykluses dann mit ihrem Partner schläft und wenn du halt deine fruchtbaren Tage hast, dass du dann halt ein Kondom verwendest oder halt einfach nicht mit deinem Partner schläfst. Ich finde, dass das Kondom so die Basic-Verhütungsmethode ist, die man auch jetzt mal davon ab, selbst wenn man die Pille nimmt, als Frau eigentlich immer, immer oder auch als Mann immer zusätzlich verwenden sollte, wenn man jetzt keinen festen Partner zum Beispiel hat. Also auch das finde ich unheimlich wichtig, dass man das nicht vergisst. Ich für meinen Teil muss auf jeden Fall sagen, dass es mir persönlich vom Gefühl her sehr gut tut, die Pille abgesetzt zu haben, weil ich jetzt auch wieder ganz normal meinen Eisprung habe und auch ganz normal meinen Zyklus erfahren darf. Viele Frauen haben Angst davor, die Pille abzusetzen, weil die sagen, oh, dann kommt meine Regel unregelmäßig, dann kommen mir all die Symptome wieder, die ich ja vielleicht vorher verhindern wollte, sprich, ich bekomme Pickel, kannst sie überschminken, wenn du willst oder du lässt die einfach da sein, wo sie sind. Meine Güte, es sind nur Pickel. Es ist jetzt nicht irgendwie ein halber Arm, der dir da aus dem Kinn wächst oder so. Es sind einfach nur Pickel. Das Problem, was ich persönlich hatte, als ich die Pille abgesetzt hatte, ja, habe, war, dass ich richtige Entzugserscheinungen hatte. Also, ich hatte, ich glaube, zwei Monate durch die Bank Bauchschmerzen. Richtig fiese Bauchschmerzen. Mir war schlecht, mir ging es nicht gut. Dennoch habe ich gesagt, nein, ich stehe das durch, ich schaffe das und ich will jetzt einfach die Hormone aus meinem Körper rauskriegen. Migräne hatte ich auch während der Zeit noch ganz extrem. Also, das war auch richtig, richtig fies. Das zeigt mir persönlich, dass der Körper ja, oder dass die Pille ja irgendwas auch mit dem Körper gemacht hat. Und das ist natürlich heftig, oder? Natürlich war es ja auch meine Intention, als ich die Pille genommen habe, dass sie meinem Körper Schutz bietet und dass sie ja auch in dem Sinne was mit meinem Körper macht. Aber ich hatte jetzt nicht vorgehabt, dass sie meinen Körper verändert. Jedenfalls nicht negativ. Aber als ich diese ganzen Symptome, die mein Körper gezeigt hat, als Entzugserscheinungen enttarnt habe, sage ich mal, und nicht als, oh mein Gott, das sind jetzt Sachen, die ich gehabt hätte, wenn ich die Pille nicht genommen hätte, habe ich gemerkt, dass es die richtige Entscheidung war, die Pille abzusetzen. Und dass es ja in dem Sinne auch nur temporäre Sachen sind und dass es vorbei geht. Also ich werde irgendwann keine Pickel mehr haben. Meine Bauchschmerzen sind weg. Meine Migräne ist weitestgehend. Ich klopfe auf Holz. Weg. Und das schränkt einen schon sehr, sehr ein, wenn du Schmerzen hast. Was ich halt auch gehört habe, als ich mir halt diese ganzen Videos angeschaut habe, ist, dass es halt immer, immer mehr Todesfälle aufgrund der Pille gibt. Todesfälle von eigentlich gesunden Frauen, die aufgrund der Thrombose gestorben sind. Also in einem Video wurde mal die Zahl 28 genannt und das fand ich schon krass. Also aufgrund eines Verhütungsmittels, hallo? Aber als ich das dann gehört habe mit Todesfällen und hast du nicht gesehen, erhöhtes Thromboserisiko und all so ein Kram, habe ich mir gedacht, okay, Claudi, Risikogruppe, da gehörst du sowas von zu, du bist raus. Warum? Warum? Wenn ich einen festen Partner habe, wenn ich jetzt in dem Alter bin, in dem ich jetzt nun mal bin, dann kann ich doch sagen, ich verzichte auf die Pille, ich nehme dann lieber andere Verhütungsmethoden, die meinen Körper jetzt nicht so aus der Bahn werfen, oder? Aber ich persönlich finde es erschreckend, wie mein Körper auf den Entzug, sage ich mal, der Pille reagiert. Ich habe die Pille jetzt, glaube ich, Anfang Februar war, das habe ich die abgesetzt. Und muss sagen, dass ich persönlich mich besser damit fühle. Also ich fühle mich auch stimmungsmäßig viel, viel besser, weil man doch gemerkt hat, dass diese Pille einen dazu verleitet, Stimmungsschwankungen zu bekommen. Und das kann doch nicht wahr sein. Also, man möchte ja eigentlich ein gechillter und ruhiger Mensch sein, da braucht man doch echt keine Stimmungsschwankungen aufgrund eines Verhütungsmittels, oder? Was mich aber tatsächlich immer am meisten eingeschränkt hatte, war die Migräne. Migräne lähmt einen echt enorm. Finde ich. Also mich hat es gelähmt, ne? Das ging gar nicht. Und wenn ich mein Leben einschränken muss, dann macht es mir doch einfach keinen Spaß, wenn es an der Pille liegt, ne? Vor allem, wenn es an etwas liegt, was man halt so schnell beenden kann. Es gibt so viele Alternativen. Also, fragt da auf jeden Fall eure Frauenärztin. Ich glaube, die Frauenärzte sind auch glücklich, wenn sie eben nicht die Pille verschreiben, sondern wenn sie eine Alternative geben dürfen. Das ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Also, meine Frauenärztin hat mir im Prinzip immer davon abgeraten. Aber ich wollte sie ja unbedingt haben. Ich schussel. Ja, Jugendliche oder Kinder, doch, ich würde mich eher als Jugendliche in der 9. Klasse beschreiben, und ich als Kind, ähm, haben nicht immer die besten Ideen. Aber meine Eltern haben einfach in dem Moment auch gesagt, naja, sie wird ja wissen, was sie demnächst vorhat. Und bevor wir hier jetzt Oma und Opa viel zu früh werden, ähm, ne? Dann kann Claudi das ruhig mal machen. Aber auch meine Mama, als ich ihr gesagt habe, hey, übrigens, ich habe die Pille abgesetzt, jetzt nicht irgendwie, um schwanger zu werden, sondern aufgrund des Hormonaspektes, die hat sich gefreut. Die hat gesagt, Mensch, Claudi, endlich! Also, das fand ich halt auch echt cool von ihr, ne? Ja, also ich kann euch wirklich nur, nur empfehlen, euch wirklich, bevor ihr euch die Pille gönnt, euch intensiv darüber zu informieren, ob ihr zur Risikogruppe gehört, ob das überhaupt das richtige Mittel für euch ist, ob es nicht vielleicht Alternativen gibt, die man nehmen kann, und, ja, ob es denn unbedingt sein muss, ne? Wie gesagt, ich möchte in diesem Video die Pille nicht schlecht reden. Ich habe sie 15 Jahre genommen. Aber, ähm, ja, aber, das Aber ist sehr groß. Sie hat bei mir einfach nicht so viel Gutes gemacht, jetzt im Nachhinein, wenn ich mir das mal so anschaue, ne? Falls ihr irgendein Gedudel hört, wir haben Samstag, und bei uns fährt der Schrotti sehr oft hier vorbei, und, äh, sammelt quasi unseren Elektroschrott und Metallschrott ein. Hast du vielleicht schon irgendwelche Erfahrungen gemacht? Ja, Nebenwirkung, Erfahrungen, sage ich jetzt einfach mal, ähm, mit der Pille? Dann schreib mir das nochmal gerne unten in die Kommentare. Ich fände dieses Video, glaube ich, auch ganz gut, um sich einfach mal auszutauschen, weil ich weiß, dass meine Zuschauer, wirklich bunt gemischt sind. Ich habe welche, die sind so alt wie ich, ich habe welche, die sind so alt wie meine Mutter, ich habe welche, die sind so alt wie ich damals war, als ich meine Pille angefangen habe zu nehmen. Deswegen finde ich, dass es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, was einfach mal besprochen werden sollte, und dass wir einfach mal unsere kompletten Erfahrungen austauschen, und, ähm, ja, dann vielleicht auch irgendwie mal Empfehlungen aussprechen, was kann man alternativ machen, und so weiter. Also sich da 15 Jahre die Hormonkeule zu geben, das war von mir, glaube ich, auch eine ganz, ganz blöde Entscheidung, denn man hört halt auch immer wieder, dass wenn Frauen jahrelang, also eben diese 15 Jahre oder so, oder sei es nur 10 Jahre, wenn ihre Pille nehmen, dass es dann wieder unfassbar schwer wird, diese ganzen Hormone aus dem Körper rauszubekommen, und überhaupt, ähm, ja, schwanger zu werden. Also das ist halt auch noch so eine Sache, ne? Ja, schwierige Geschichte. Ich bin froh, dass ich sie jetzt nicht mehr nehme. Ich sehe es ja trendmäßig auf jeden Fall, dass hier aktuell bei YouTube sehr, sehr viele auch darüber reden, was ich gut finde, ähm, also richtig gut, dass man sagt, ich nehme sie einfach nicht mehr, ich möchte nicht mehr. Das Witzige ist, wenn du das halt, wenn du die Pille absetzt und in meinem Alter bist und darüber sprichst, du wirst von allen gefragt, sag mal, willst du schwanger werden? Ich finde nicht, das ist das eine, was mit dem anderen zu tun hat. Ich meine, also im Extremfall ja, natürlich, ne? Aber, ähm, ich möchte jetzt nicht schwanger werden, nein. Ich möchte einfach nur, dass es meinem Körper gut geht. Das ist, glaube ich, das absolut Wichtigste gerade für mich, weil ich gemerkt habe, wie schlecht es meinem Körper geht, weil ich auf meinen Körper gehört habe und mich mal damit beschäftigt habe, Mensch, warum habe ich diese Migräne? Warum habe ich diese Stimmungsschwankung? Bei anderen ist es noch viel ausgeprägter. Die kriegen richtig Heulkrämpfe und die wissen nicht, warum. Die Frage ist halt auch, was möchte ich meinem Körper zumuten? Wenn man sich einfach mal die Mühe macht, ich habe ihn nicht mehr, ich habe ihn eben noch gesucht, wenn man sich mal den Beinpackzettel anschaut von der Pille, die man aktuell so nimmt, der ist lang. Da steht so viel drin. Es liest sich doch kein Mensch durch. Oder hast du dir doch schon mal durchgelesen, was da drin steht? Ich nicht. Natürlich werden wir alle gewarnt, aber ich finde gerade in dem Alter, wo man sich die Pille verschreiben lässt, ist man viel zu jung, um auf die Warnungen zu hören. Was ich mir persönlich für die Zukunft wünschen würde, dass man mit den Frauenärzten spricht und genau über die Risiken für einen selbst aufgeklärt wird. Vielleicht, dass der Frauenarzt, die Frauenärztin einen mehr darauf bringt, hey, vielleicht gehörst du zur Risikogruppe, dass du auch offen mit deiner Frauenärztin oder deinem Frauenarzt darüber sprichst, welche Symptome du gerade hast, ob du vielleicht gerade wirklich Migräne hast, ob du Stimmungsschwankungen hast, dass man mehr darüber nachdenkt, könnte das vielleicht wirklich mit der Pille zu tun haben. Man sollte auf jeden Fall ehrlich zu sich und auch zum Arzt sein, weil dafür sind die Ärzte ja da. Die verurteilen dich ja nicht. Es ist einfach nur, dass dir da ja geholfen werden kann. Hätte ich eher mit meiner Frauenärztin darüber gesprochen, dass ich diese starke Migräne habe, hätte sie mir schon längst davon abgeraten, die Pille weiterzunehmen. Das hätte ich schon vor sieben Jahren machen sollen. Wahnsinn, weil da fing es richtig an mit meinen Migränekopfschmerzen. Es wäre mir so viel Leid erspart worden. Ich konnte so viel nicht machen aufgrund von Migräne. Ich meine, was ist Migräne? Das sind so richtig heftige Kopfschmerzen, die dir so wehtun, dass du nicht mal, du kannst nichts mehr sehen, also du willst nichts mehr sehen. Du willst, dass alles dunkel ist. Du willst nichts mehr hören. Du kannst nicht mal deinen eigenen Herzschlag hören, ohne dass du Kopfschmerzen bekommst. Gerüche, ganz schlimm. Da kriege ich dann die Pimpernellen. Wenn ich irgendwas rieche, geht gar nicht. Also teilweise war es wirklich ein dunkler Raum, in den ich rein musste, der vollkommen ruhig war. Und dennoch sind die Gerüche ja dann da. Und wenn es frisch gewaschene Wäsche ist. Also es muss ja nichts Penetrantes oder Stinkendes sein. Es können auch einfach ganz normale Gerüche sein. Oder der Geruch von mir selbst. Also furchtbar. Migräne-Kopfschmerzen sind echt furchtbar. Ja, ich weiß. Es ist ein ganz heikles Thema. Über das zu sprechen, ist wirklich schwierig. Weil man sollte schon verhüten. Und man kämpft ja auch immer mehr dafür, dass sowas dann ja auch... Es hat ja auch was mit Emanzipation zu tun, dass die Frauen das nehmen können und nicht schwanger werden und so weiter. Aber es gibt echt viele, viele, viele andere bessere Verhütungsmethoden, die halt hormonfreier sind. Wo du dir halt keine Gedanken machen musst. Hey, habe ich da jetzt Nebenwirkungen von? Oder was macht das mit meinem Körper? Hemmt das meinen Eisprung? Und sowas, ne? Also ich persönlich bin jetzt aufs Kondom umgestiegen und finde es sehr, sehr, sehr gut. Und komme auch damit klar. Also, ne? Gewöhnungssache. Aber es ist gut. So, jetzt noch ein bisschen hier in Duft. Und dann bin ich auch tatsächlich vollkommen fertig. So, ihr Lieben. Das war jetzt mein Style & Talk Video. Ist relativ lang geworden. Das tut mir leid. Aber es ist ein Thema, was mir wirklich am Herzen liegt und was ich einfach mal mit euch besprechen wollte. Zumal ich auch echt viel darauf angesprochen wurde. Sowohl im normalen Privatleben als auch in meinem Arbeitsleben als auch hier bei YouTube. Und ich habe mir gedacht, ich muss da einfach mal drüber sprechen. Ja, ne? Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ich kann es nicht mehr aussprechen. Das ist ja der Wahnsinn. Schreib mir, wie gesagt, gerne unten in die Kommentare deine Erfahrungen. Ich finde, es ist so wichtig, drüber zu reden. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dich hier oben meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich wirklich drüber freuen. Lass es dir gut gehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!